Pessimismus scheint Kief und Washington in Bezug auf die umfassende Invasion der Ukraine durch Russland erfasst zu haben, während Präsident Volodymyr Zelensky versucht, sein Land durch den dritten Winter des Krieges zu steuern. Diese Einschätzung von Geheimdienstbeamten, die von der New York Times zitiert wird, folgt den russischen Fortschritten in der Region Donenk und den Bedenken darüber, was das Ergebnis der Wahlen in den USA am Dienstag für die amerikanische Unterstützung für Kief bedeuten wird. Und dies geschieht, bevor die Ukrainer in die kalten Wintermonate eintreten mit ihrer Energieinfrastruktur, die durch die Angriffe Moskaus beschädigt wurde, die sich im Vergleich zu früher erheblich intensiviert haben. Dieser Winter wird voraussichtlich der herausforderndste für die ukrainische Zivilbevölkerung sein, seit Russland 2022 mit seiner Invasion begann, sagt Viktor Kowalenko, ein geopolitischer Analyst und ukrainischer Militärveteran. Das Ausmaß der Schäden durch russische Raketenangriffe auf Kraftwerke ist so schwerwiegend, dass sie in naher Zukunft nicht repariert werden können. Und einige könnten niemals wieder aufgebaut werden, sagt er. Wir sollten erwarten, dass das Leben in einigen Metropolregionen wie Zaporiznia und Kharkiv während des Winters zum Stillstand kommt, mit ganzen Geisterstätten, Bevölkerungsverschiebungen, Hunger und Todesfällen durch extreme Temperaturen, sagt Kowalenko. Die Kälte wird durch den langsamen, wenn auch stetigen Vormarsch Russlands in Donenk verstärkt. Selbst in der Region Kursk in Russland wird berichtet, dass die Truppen Moskaus einen erheblichen Teil des Gebiets zurückerobert haben, das Kief während des überraschenden Einbruchs im August besetzt hatte, was einen ukrainischen Major dazu veranlasste, der New York Times zu sagen, dass die Situation angespannt ist. Es ist klar, dass es für die ukrainische Führung diesmal nicht mehr so einfach ist, das langsame Tempo der westlichen Waffen zu beschuldigen und nach mehr Waffen zu verlangen, insbesondere angesichts des sehr unvorhersehbaren Ergebnisses der Wahlen in den USA. Das Versprechen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, den Krieg schnell zu beenden und die Unzufriedenheit mit der fortlaufenden Unterstützung der USA für die militärischen Bemühungen der Ukraine haben Zweifel an dem Fluss der US-Militärhilfe aufgeworfen, während die Amerikaner am Dienstag zu den Urnen gehen. In der Zwischenzeit wird die Situation durch nordkoreanische Truppen, die bereits zu den russischen Kräften hinzugefügt wurden, weiter kompliziert. Der Eintritt Nordkoreas in den Konflikt hat auch den Druck auf den Westen erhöht, mehr für die Ukraine zu tun.